Hoffe ich. Urotime entdeckt. Ah, sieht auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig aus. Ah ja. Ah ja. Ach ja. Oh, ich hab gar nicht gestrichen. Es geht echt schnell mit der Armenbrust. Stell dir mal vor, du bist hier badiert. Und stehst gerade in deiner Höhle und denkst dir, oh jetzt ist gerade Nacht, ist gerade wunderschöne Ruhe. Und dann kommt auf einmal so ein komischer Katzenmensch rein. Und schießt eigentlich nur dreimal mit seiner Armenbrust in schneller Abfall und tot. Und du stehst hier irgendwo daneben und siehst das nur, wie deine Kameraden einfach niedergeschossen werden. In Sekundenbruchteilen, ohne dass du groß was dagegen machen kannst. Weil bei so einem Bogen, da siehst du immer noch jemanden, die man die Sehne spannt und durchzieht. Da kann man eventuell noch reagieren, aber bei so einer Armbrust? War völlig unnötig, ich weiß. Oha. Na gut. Das fällt mir gerade ein, ich wollte doch mal meine Bogenstiefen ausprobieren. Oh, das war Cerana. Aber man merkt schon, dass ich jetzt schneller spannen kann. Hä? Wer zaubert denn hier? Ach, sie hat schon wieder einen geilen... Oh. Die Vampire können wirklich nichts anderes als... Oh. Hm, das wollte ich gar nicht. Ich dachte eigentlich, ich hab noch den lebensensiven Schreien drauf. Ich hab jetzt aus Versehen gerade das, ähm... Und Bolzen hab ich ja mittlerweile genug. Nachdem meine ärgsten Ängste, dass mir die Dinger unbedienten Tagebuch. Das werden wir gleich mal lesen. Tagebücher find ich ja immer interessant. Oh, wie viel Bücher die wir schon wieder dabei haben. Verdammte Riesen! Ein einziges Mammut würde uns einen ganzen Monat lang satt machen. Aber sie scheuchen herum wie preisgerührte Zuchtvieh und lasst sie nicht aus den Augen. Wir haben diese Gegend leer gejagt. Wenn wir nicht bald etwas erlegen können, müssen wir unser Lager anderswo aufschlagen. Oh, die haben Nahrungsprobleme. Aua! Warum waren jetzt der Beschworene Gäste mich sauer, aber Serana nicht? Sehr komisch. Ach, hier ist gleich noch eine Tür dahinter. Ist ja schön. Die Truhe. Eines wärmer Eisbolts. Ins Roll der Hysterie. Zauber Schutzzirkel. Oh, Zwergenbeute. Aber Schutzzirkel? Ist Schutzzirkel das, was ich denke, was es ist? Ich muss mal kurz Schutzzirkel zaubern. Ich glaub nämlich, das ist ein neuer Zauberspruch, den es noch nicht vorher nicht gab. Was ist denn das? Das müsste ja eigentlich auch Heilung sein, oder? Ganz so schön. Naja, Schutzzirkel. Leichter Schutz. Schutzzirkel. Und Tüte bis zur Stufe 20. Die im Zirkel betreten, ergreifen die Flucht. Stufe Experte. Kostet 139 Mann an. Aber den möchte ich trotzdem mal ausprobieren. Wir haben ja zum Glück noch irgendwelche lustigen Zauber-Wundertrunkel der Magica dabei. Würde ich fast drauf wetten, dass wir irgendwie sowas haben. Äh, gesteigert. Oh, hab ich die vorhin alle weggesüffelt? Nee, das heißt, das steigert nur starke Magica, steigert auch nur 40 Magica. Ah, 20 Punkte sind, glaube ich, zu wenig, oder? Immer noch zu wenig. Wie viel habe ich denn jetzt? Naja, 120, ich brauche aber 140. Ja, schade, die Tränke wirken nicht kumulativ. Das ist natürlich irgendwie doof jetzt. Ja, dann habe ich die umsonst getrunken. Was soll's. Oder habe ich noch einen? Äh, Wasseratmung zusätzliche Magica. 20 Punkte, ja, den habe ich ja schon getrunken. Der bringt mich ja nicht weiter. Also, wenn, bräuchte ich jetzt irgendwie so einen Wundertruck der zusätzlichen Magica und so ein Ding, habe ich halt nicht mehr. Naja, schade, dann können wir Schutzhürgen leider nicht sehen. Dumm, 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 dumm. Hä? Aber da hinten ist, achso, das ist die Tür, die übereingekommen sind. Dumm, dumm, dumm. Also, ich habe es schnell durchgezogen. Man braucht keine 20 Stunden. Naja, aber ich denke mal, die 20 Stunden, also die 20 Stunden wurden ja eingegeben, wenn man sich wirklich alles anguckt und die ganzen Laufwege macht und alles. So, wir reisen jetzt auf jeden Fall erstmal nach Weißlauf und fragen den Kutscher. Du musst mehr durch die Landschaft, das hast du kein Problem mit dem Reisen. Aha. So, achso, wir müssen hier... Oh, was? Wir sind aber eigentlich, das ist halt... Hä, warum steht denn hier so ein Boden? Hä, Louis Letrusch, der ist doch tot. Du bist tot! Hilfe! Nein, so hilft mir doch jemand! Ups, verdammt, ich wurde entdeckt. Aber das ist ja ein Bagger, das finde ich jetzt ja richtig schlecht. Louis Letrusch ist tot. Er wurde von einem... Ach, das ist ja richtig dämlich. Ich wollte nur gerade die Realität nachjustieren und dann darf ich das nicht mal. Ach, Mann. Die Fertigkeit, der ich mir ermöglicht, die Herstellung von Tränken und Giften und bestimmt mit deren Stärke. Ja, das ist sicherlich richtig. Jetzt dürfen wir hier nochmal reisen. Zurück nach Weißlauf. Wo wieder Louis Letrusch, der alte Bug-User rumsteht. Der hat einfach seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Finde ich eigentlich ziemlich dreist von ihm. Dass er so etwas hingekriegt hat. Ach ja. Am helllichten Tag kann ich mich unsichtbar machen. Ich finde das nicht schlecht. Vor allem, wie der bekannte Pferde, die hinter Schatten mir entsteht. Das gefällt mir gar nicht. Naja, gut. Mein Mantel ist viel cooler und viel großer, vor allen Dingen. Habt ihr Mott ein Priester gesehen? Das ist einer dieser kaiserlichen Gelehrten, oder? Ein alter Mann mit einer grauen Robe? Ja. Wird sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier draußen schon genug Sorgen, mir meinen Lebensunterhalt zu sichern. Ja, ich überreden. Da kann ich euch helfen, mein Freund. Vielleicht würde ich mich besser erinnern, wenn meine Taschen nicht so leer wären. Oh, warte, jetzt kommt der große Zeitpunkt für meinen, äh, wo habe ich ihn, wo habe ich ihn? Ich habe ihn noch vorhin gesehen. Ich habe ihn noch nicht getrunken, weil ich dachte, den brauche ich vielleicht noch. Äh, 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 äh. Ich habe hier draußen, wenn ich's mir recht überlege, dort... Jaaa! Juhu! Aber du fährst doch noch Drachenbrücke. Ja, gut. Achso, Akademie vom Winterfest hat sich direkt erledigt. Na gut. Ähm... Wir sehen also, äh, der Redekunst-Trank hat tatsächlich was gebracht. Wir haben ihn gebraucht! Jaaa! 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 Ja, vielleicht wurde er von den Schlägern ja nur bewusstlos geschlagen. Mit einem großen Eisenkriegshammer oder was? Ja, ist völlig klar. Wenn man so ein Ding auf den Kopf kriegt, da wird man definitiv nur bewusstlos. Ist ja... Gummiert, das Ding. Und Louis hat dann Schutzheim auf. Oder? Nein, hat er nicht. Hm. Was ist die große Meinung von Irkenthand? Ist irgendwas? Sooo... Da kann ich mit ihr nicht nochmal reden. Na gut, können wir nicht. Wir werden feiern total. Jaaa, ich freu mich. Darf ich mich nicht freuen? Wenn ich den ganzen Tag schubserblasen würde, was wär das schon? Meine, niemand möchte einen depressiven Typen... Vier Schilde. Ach! Guck mal, mein, äh, mein Übersetzungstool hat's doch noch gebaut. Ich hab mir irgendwann mal... Da hinten ist schon wieder so ein hässlicher Drache. Ich hab mir irgendwann mal einen Mod runtergeladen, dass die ganzen Schilde übersetzt sind. Und das hat... Ja, wo wird der Drache woher herkommen? Alduin, der alte Idiot hat den... Hat die angelockt. Aber jetzt hab ich ja... Jaaa! Also mit einer Armbrust jagt es sich aber erheblich besser, Drachen, finde ich. Na. Also, es gibt auf jeden Fall definitiv Dörnseele von Drachen. Ich krieg ja schon die Drachenseele, wenn der Drache einfach nur stirbt. Ich kann keine Seelen von Drachen fangen. Julien? Wer ist denn Julien? Ich glaub, die Wachen brauchen auch so eine coole Armbrust hier. Also eine Armbrust ist definitiv die bessere Drache. Wer ist denn Julien, bitteschön? Die Evlen? Lande doch mal, du dummer Drache. Alter, da bin ich vielleicht eventuell sogar mal bereit, die guten Pfeile einzusetzen. Ich meine, es ist ein Frost-Drache, da kann ich... Ich hab was auf. Ja, das war dann leider auch mein letzter Stahl, wolltest du? Also der gute. Ab jetzt muss man mich herkömmig mit dir vorgehen. Nimm dies, Drache! Ich glaube, Serena hat schon wieder Menschen wiederbelebt. Ich finde diese Totenbeschuldung ziemlich iklhaft. Asada Livin? Also den hat... Sind die gerade beide gestorben? Ja, warte mal, ich möchte nicht, dass sie hier tot ist. Ich wollte nämlich an die Kram mit dir reden. Das finde ich jetzt voll doof. Waffe nähert. Ja, ja. Hä, was ist denn mit dir? Okay, sie möchte nicht mit mir reden, das ist ja interessant. Stahlbot. Ey, drei Feuerbots haben überlebt. Das ist ja wunderschön. Dafür, dass die explodiert sind? Haben die eigentlich ganz gut gehalten. Ja, jawoll, deine Drachenseele. Hä, was? Okay, sich wieder zu beleben war anscheinend nicht so sinnvoll. Na gut. Ähm, wir sind jetzt in Drachenbrücke. Habe ich die Quest nie aktiviert? Achso, ich soll die Leute in Drachenbrücke fragen. Achso, Asada, hallo. Ja, dem wird es wahrscheinlich bald zerreißen. Na gut, dann fragen wir hier mal eine Wache. Hallo. Ja, ist jetzt nicht interessant, Mod-Priester. Aha. Na toll. Ja, Jungs, was macht ihr jetzt mit diesen Drachen hier? Warte mal, ich... Ja, wundert jetzt nicht so rum. Ich kann eventuell dafür sorgen, dass der Drache verschwindet. Ich brauche Blitzhuhne, ich kann Blitzhuhne. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn ich mit dem Feuer spielen könnte. Hui. Es ist echt extrem unlogisch, wie viel Rückschlag ein einzelner Feuerblitz hat. Es reicht auf jeden Fall, um einen riesen, super schweren Drache, der wahrscheinlich mehrere Tonnen wiegt, einfach nur wegzuhauen. Ja, was ist denn das da vorne? Sind das da Blätter in der... Ne, das ist einfach nur ein Busch, der schlecht geladen wird. Na, ich dachte schon, das wäre ein Unsichtbarer, der da steht. Übrigens, ich habe geschrien. Ich habe den Lebenssaugeschrei rausgehauen. Habe ich gemacht? Ja, ja. Doch, doch. Was? Oder suche ich den Schauplatz des Angriffs? Welcher Angriff? Äh, Angriff? Na hier, den hier, oder was? Das hat keiner gemerkt. Gleiche. Schätze mal, das ist unser... Oh, ein Vampir. Vampirrüstung des Dingenswurmens. Zaubert und der jährigen Ausdauer. Vampir-Notiz. Natürlich hat sie eine Notiz dabei. Ich möchte übrigens nochmal an dieser Stelle kurz beleuchten, was die Vampire für interessante Klamotten haben. Also neben ihren Ding da, was ja ein bisschen Brust zeigt, hat sie hier, wo man eigentlich erwarten müsste, dass in diesem Fall wirklich Schutz vor Schönheit geht, hat sie aber immerhin noch einen kleinen Ausschnitt. Oh, wie stark ich bin. Ich kann die Leiche einfach so hoch gehen. Relativ weit wegwerfen. Wie schlecht. Also eigentlich wollte ich ihre Vorderseite zeigen, aber irgendwie bin ich nicht in der Lage. Doch. Jetzt. Nein. Ja, 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 ja. Na, Mann! Das ist unglaublich. Also ich wollte eigentlich ihre Leiche so drehen, dass man sie mal von vorne sieht, aber... Naja, man erkennt auf jeden Fall den Ausstück, den ich hinaus wollte. Also, die Vampirrüstung ist nicht wirklich funktional. Aber das ist ja bei den seltensten Fantasy-Spielen. Aber immerhin sieht es so halbwegs stylisch aus. Naja, mehr oder weniger. Naja. Naja. Lesen wir einfach mal die Vampir-Notiz und gucken, was bei rumkommt. Äh, Vampir-Notiz. Ich habe neue Order für euch. Bereit zu einem Überfall gleich südlich von Drachenbrücke vor. Bringt den Mottenpriester zum Ahnenversteck und haltet ihn dort fest, bis ich seinen Willen brechen kann. Malkus. So. Was hat sie dazu zu sagen? Wo wart ihr? Ich bin die ganze Zeit hier gewesen. Aber gut. Wo ist denn das Ahnending? Wo ist ich... Oh. Das ist ja richtig weit weg. Könnt ihr ja meinen, dass sie irgendwie... Naja, Troll gibt gleiche Arbeit. Das ist aber